Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Rampude. Willkommen zu einer neuen Folge des Amiibo-Trainings für Günther, den K.R.O.L. Und heute ist die Folge in der Story mit in die Sache eingebracht. Wir nennen es mal. Denn wir haben ein Problem. Es geht inzwischen nicht mehr darum, wer wirklich der stärkste aller Amiibo sein wird. Es gibt ein viel größeres Problem. Ein Feind ist aufgetaucht, mit dem es niemand aufnehmen kann. Ein alter Bekannter der Walross-Edition. Die Dunkle Macht. Oder auf Englisch stark vor. Dunkle Macht hat nicht reingepasst. Mit PMD vorne dran schon gar nicht. Die Dunkle Macht ist aufgetaucht. Und nun ist sie bereit, alles hier zu zerstören. Um euch kurz das Problem zu zeigen im Kampf gegen sie, schicke ich einfach mal jemanden, der an diesem Krieg an sich unbeteiligt ist rein. Und zwar haben wir ein Donkey Kong Amiibo. Jetzt mal ein bisschen faktisch, ein bisschen weg von der Story. Der an sich den Angriff auf ungefähr 3.500 bis 4.000 hat. Die Verteidigung dafür nur auf 800. Aber gleichzeitig hat er einen Ritterrüstungsgeist, der eigentlich sein Lauftempo senkt. Wobei ich sagen muss, ich bekomme nichts davon mit. Seine Verteidigung erhöht und seinen Angriff in die Hölle böllert. Ne, äh, ne, andersrum. Die Verteidigung wird in die Hölle geböllert. Der Angriff nur erhöht. Und dazu hat er noch schnelleres... Ne. Ich hab grad ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich ihm als zweites, als anderes gegeben habe. Das hab ich tollerweise vergessen. Aber ihr habt gesehen, 3 Hits reichen locker für den Kill. Bei dem sein Damage Output. Er spielt nicht unbedingt am schlauesten... Vor allem wisst ihr, was das Traurige ist? Dieser Amiibo zerstört alles. Ich habe auch... Günther hat auch bereits einmal vor diesem Video sich an einem Kampf versucht. Aber er ist kläglich gescheitert. Es war eine absolut aussichtslose Situation für ihn. Er wurde getustockt. Ein rei... Ein lupenreiner Toostock. Ohne noch weiteren Damage zu nehmen. Ich glaube ja, ich habe den Fehler gemacht. Zu disrespektvoll beim Training dieses Amiibo zu sein. Deswegen hat er sich nun der Finsternis verschrieben. Und ja, das improvisiere ich gerade alles. Denn ich muss euch mal zeigen, wo mein Fehler lag. Und gleichzeitig mal nachgucken, was genau die dunkle Macht für Fähigkeiten hat. Nur wie ihr gerade bereits gesehen habt... Dieser Amiibo... ...macht keine Späße. Und unser Ziel wird es jetzt sein. Unsere wahren Kämpfer... ...Seemobs, Lord Ecke und Bisazam... ...auf den Kampf vorzubereiten. Sie können nicht zusammen kämpfen. Aber einer von ihnen muss es schaffen, sich der dunklen Macht anzunehmen. Einfach weil es mit mehreren auf einmal zu leicht wäre hier im Smash Bros-Style. Lord Ecke und Günther zu zweit würden diesen Amiibo schon da und kriegen, sehr sicher. Und zwar haben wir doch Lauf-Tempo-Boost. Und da seht ihr die Werte. Hä? Ich hab nix gemacht! Also... Ich habe vor allem eine Szene, die diesen Amiibo, glaube ich, sehr geprägt hat. Und ihn dazu gebracht hat, zu sein, wie er ist. Erst heute beim Training... Äh... Ich hatte eigentlich mir eingebildet, dass das... ...keine von... ...aber doch die hier war. Alles auf dem Freestock, wie man auch an der Zeit sieht. Und zwar... Hier habe ich am Ende wirklich übertrieben. Und wenn ich ein Amiibo wäre, würde ich das, was ich hier gemacht habe... Ihr seht, 48, noch keine Geister. So etwas schon. Seht ihr, was ich mit ihm gemacht habe? So etwas würde ich, wenn ich ein Amiibo wäre, auch nicht auf mir sitzen lassen. Und da ist der erste Stop. Ohne, dass ich Schaden genommen habe. Dieser Amiibo hat an sich relativ lange zum Aufleveln gebraucht. Aber er zerstört jetzt schon. Und ich habe ihn, nachdem er auf Level 50 war, bisher so einmal mit jedem Charakter, den ich kann, bekämpft. Und dann Geister gegeben. Und das war es dann eigentlich. Das ist auch eine Technik, die gegen ihn meistens sehr gut funktioniert hat. Das ist so die Sache. Immer. Das Laufen, der Downflow. Oh, das war ja auch schon belastend. Aber was jetzt gleich als letztes passieren wird. Ihr merkt, er spielt wirklich auch sehr ähnlich, wie ich es in diesem Kampf getan habe. Wir beginnen eben das Ganze jetzt ein bisschen damit, über ihn zu reden. Ja, ihr seht, was er macht. Bevor wir dazu übergehen, was genau wir jetzt im Training tun. Jetzt ist die Situation, glaube ich, gekommen. Eine Rolle und die Down, die Forwarder. Ja, es ist natürlich schon belastend, auf so niedrigen Prozenten dadurch zu sterben. Aber ich habe mir gedacht, das wird der Amiibo nicht. Und ich hatte recht. Deswegen bin ich mit runtergesprungen und habe noch den voll aufgeladenen B-Angriff rausgehauen. Und das muss... Er war ohnehin tot. Hätte sich nicht retten können. Aber ich zeige keinen Respekt. Und jetzt bekomme ich meine Strafe dafür. Die dunkle Macht ist erwacht und zerstört alles, was sich ihr in den Weg stellt. Und wir müssen Günther bereit machen, um es mit ihr aufzunehmen. Und dann im Verlauf dieses Projekts auch die anderen Amiibo. Die Zeit ist gekommen, Günther zu zeigen, wie er gegen einen wahren Donkey Kong zu kämpfen hat. Wie er gegen die dunkle Macht als Essenz bestehen kann. Und zwar sehen wir auch noch genau die Stage im Random. Die, die die dunkle Macht zu dem gemacht hat, was sie ist. Und zwar genau durch solche Dinge. Wir sehen bereits. Günther hat keine wirkliche Erfahrung in diesem Match-Up. Man merkt es daran, dass ich ihn schon ganz gut unter Kontrolle habe. Ich meine natürlich, er macht irgendwie so 38.000-fachen Schaden im Vergleich zu mir. Oh! Das wird er garantiert nicht einfach auf sich sitzen lassen. Ich dachte kurz, er macht einen großen Fehler. Und um das anzumerken. Ich habe ein paar Mal auch, als der Amiibo, der die dunkle Macht bereits auf Level 50 war. Aber eben, weil er noch keine Geister-Interess hatte, habe ich ein paar Mal mit K. Rool gegen sie gekämpft. Und nicht mal ohne Geister konnte ich einen Kampf für mich entscheiden. Es klingt vielleicht seltsam, aber schon ohne Geister war dieser Amiibo bereits overpowered. Und jetzt ist er von der dunklen Macht besessen. Und Günther ist offensichtlich nicht in einer guten Verfassung, sie zu bekämpfen, wie man hier sieht. Er braucht Training, genauso wie alle anderen, die in diesem Kampf beteiligt sind. Wisst ihr was? Seemops kommt in der Serie jetzt erstmal nicht vor. Alleine, wir spielen hier jetzt vor der Virus Edition 3 LEL. Wir spielen hier im ersten Teil. Mit dieser Samen und Lord Ecke an Günthers Seite. Sie alle müssen trainieren. Und die dunkle Macht an. Und sich der dunklen Macht annehmen. Und dazu müssen sie Erfahrungen sammeln. Wertvolle Erfahrungen. Und sie müssen lernen, dass man nicht alles mit der Down-Air lösen kann, Günther. Nur weil es gegen mich gerade ganz gut klappt. Heißt das nicht, dass die dunkle Macht sich davon beeindrucken lassen wird. Denn das wird sie garantiert nicht. Und da liege ich vorne. Tang muss der Junge auch lernen. Und trotz allem ist Günther mein stärkster Amiibo seit der letzten Trainingsfolge. Für alle, die das nicht mitbekommen haben. Er hat es geschafft und offiziell gegen jeden anderen Amiibo, gegen jeden seiner Mitstreiter zu gewinnen. Und jetzt kommt so ein Feind. Ich habe nie nach rechts gesteuert, aber egal. Aber wie man gesehen hat. Er lässt sich auch von dieser Technik beeindrucken. Oh Gott. Wir beide sind auf den Spike gegangen. Jump Reed. Oh. Nein. Also es ist gut, dass Günther gewonnen hat. Auch wenn man sagen muss, ich hätte das schon holen können. Da bin ich zu greedy geworden. Okay. Günther hat einmal gegen diesen Donkey Kong gewonnen. Denn sie müssen den Donkey Kong trainieren. Schließlich ist er die Art von Kämpfer, die besessen wurde von der dunklen Macht. Wir trainieren jetzt. Erst einmal muss jeder der Kämpfer sich einmal gegen diesen Donkey Kong beweisen können. Danach werden wir analysieren, wie sie gegen die dunkle Macht klarkommen. Und sie dann spezifisch darauf trainieren. Ich traue Lord Ecke, muss ich sagen. Ein sehr starkes Gameplay jetzt zu. Auch wenn er wirklich sehr flach beginnt. Mit eigentlich nur zwei Arten von Angriff. Aber er kommt damit im Moment halt gut klar. Die Sache ist jedoch die. Ich bezweifle stark, dass dieses Gameplay gegen die dunkle Macht genug sein wird. Wenn er nicht einmal mich ohne jegliche Verstärkung, ohne jegliche Besessenheit von einer Essenz vor 200% rausbekommt. Was will er dann gegen einen Feind tun, für den er 87.000 ein halben Treffer braucht. Um überhaupt auf einen der Prozentwert in einem ähnlichen Radius zu bringen. Testen wir mal den Klassiker. Der offensichtlich gegen jeden Amiibo ganz gut funktioniert. Mario, äh, Mario, Lord Ecke halt, setzt sich offensichtlich in diesem Kampf durch. Und ich kann den Klassiker... Oh Gott! Und sowas ist der Grund, warum ich euch im letzten Video gesagt habe, dass ich oft den Eindruck habe, dass dieser Mario vielleicht mein stärkster Amiibo sein könnte. Oder naja, es hatte, bevor die dunkle Macht aufgetaucht ist. Zumindest einen Stock muss ich im Amiibo. Alleine schon, damit er nicht zu abgehoben wird und damit gleichsinnig. Genau sowas sollte nicht passieren. Ich glaube kaum, dass das dafür sorgt, dass er bescheiden bleibt. Wie schnell bin ich geflogen? Gar nicht so schnell. Okay, Lord Ecke hat's auch mal hinbekommen. Ich muss sagen, dass dieser Samen es hinkriegt, bezweifle ich nicht. Man muss auch sagen, ich bin nun mal gegen Heavys am besten. Und ich muss sagen, zumindest als ich persönlich die dunkle Macht herausgefordert habe, leider ohne Erfolg, hatte ich auch das Gefühl, dass sie auch vor allem auf Kämpfer wie Günther spezialisiert ist. Und somit dieser Samen und Lord Ecke ein leichteres Spiel haben werden. Du scheißdreckarmig nach. Ich muss aber sagen, dass irgendwie dieser Samen... Also inzwischen liegt er gut vorne, aber vor allem die ersten paar Momente des Kampfes sahen wirklich ganz anders aus als erwartet. Er hat irgendwie nicht so recht gewusst, sich zu wehren. Tod. Das war nicht mein Plan. Und die Sache ist die, sie alle können auch anders als hier gegen mich. Hier geht es für sie einfach, einfach auf ihren hohen Angriff zu bauen. Das war aber sehr schön. Sie müssen vor allem an schlauem Gameplay arbeiten. Denn ein hoher Angriff bringt ihn gegen eine Bestie wie die dunkle Macht, die alles, Verteidigung und Angriff, total hoch hat. Da bringt ihm das nichts. Er lebt... Nicht mehr. Dieser Samen wird diesen Kampf vermutlich gewinnen, aber zumindest einsehen müssen, dass er auf einen Stock runtergebracht wurde. Okay, das war sehr gut von ihm gemacht. Ich war mir sicher, dass mich nicht nur der erste Hit der Back-Air trifft. Hab schon einen Air-Dodge gemacht, aber er hat mich nur mit einem Hit getroffen und durch. Und dann bin ich mit meinem Air-Dodge komplett in seinen Angriff reingesprungen. Also, es wird Zeit, noch einmal zu gucken, wie jeder gegen die dunkle Macht performt. Was für die Story perfekt wäre, wäre, wenn jetzt einer einfach easy gewinnt. Zuerst die Sazan. Wir machen die genau anderesrumereihenfolge als gerade eben. Und gucken, was geschehen wird. Die dunkle Macht hat keine Kampferfahrungen gegen dieser Samen oder Lord Ecke gesammelt. Lediglich gegen Günther. Woran auch wieder ich schuld bin, da ich seine Spezies des K. Rool bereits gegen sie genutzt habe. Oh, und ich... Erstens, man sieht schon, wie das läuft. Und zweitens habe ich gelogen. Zumindest dieser Samen... Doch, er kennt beide schon. Er kennt beide schon. Ich habe bereits mit den Spezies von beiden gegen die dunkle Macht versucht zu gewinnen. Aber man sieht, dass sie einfach nur auf Zerstörung aus ist. Sie hat gar keine Lust. Und Yoshi hat versucht, Günther aus dem letzten Video nachzumachen. Die Situation, als Günther und Groudon sich gegenseitig getroffen haben. Aber die dunkle Macht liegt bereits mit 3 zu 1 vor. Okay. Aber man sieht diesen Damage-Output. Ich hatte überlegt, ob ich das Lauftempo auf langsam lasse. Es ist ja relativ normal, dadurch, dass ich den Lauftempo-Boost habe, was komplett OP ist. Also die Kombination muss ich bemerken. Ich plane noch einen anderen Amiibo, der das sehr gut gebrauchen kann. Und ja, die dunkle Macht konnte dieser Samen relativ problemlos auseinandernehmen. Wir sehen es. Eine, eineinhalb Minuten. So lange braucht dieser Feind, um seine Gegner abzufrühstücken. Vor allem Günther wird es eben sehr schwer haben, irgendetwas gegen sie ausrichten zu können. Sie weiß nun mal, wer der wahre Feind, wer der stärkste Gegner ist. Und hat sich speziell darauf vorbereitet. Lord Ecke wird sich auch daran versuchen. Doch auch sein Erfolg ist zu bezweifeln. Jo! Wahrscheinlich! Ich habe ein Monster erschaffen! Ihr müsst euch das angucken. Die dunkle Macht hat wirklich... Sie hat bemerkt, dass ich einen Donkey Kong-Amiibo trainiert habe. Der ursprünglich Floink sein sollte, um genau zu sein. Aber... Nun... Ist sie hier. Hat diesen Donkey Kong-Amiibo für sich genommen. Und seine Stärken so ausbalanciert, dass niemand es mehr mit ihr aufnehmen kann. Sie hat in der Walrus-Edition den Fehler gemacht, dass sie zu leichtsinnig war, ihre Feinde unterschätzt hat. Vor allem Lord Ecke. Wie man sieht, diesen Fehler wird sie nicht erneut machen. Sie weiß, wie stark ihre Feinde sein können und tut alles. Das ist 58 Sekunden. Nicht eine Minute konnte Lord Ecke es schaffen. Nicht eine Minute hat er durchgehalten. Die Sache ist halt die, selbst gegen Amiibo macht dieser Gegner noch endlosen Schaden, wie man gesehen hat. Das liegt eben an seinem ohnehin hohen Angriff plus dem Angriffsboost durch die Ritterrüstung. Also ich kann euch empfehlen, wenn ihr ein OP-Amiibo machen wollt, nehmt euch irgendein Heavy, Ritterrüstung und, ähm... Hier 50 Damage. Ritterrüstung und Lauftempo plus. Aber ich werde keine Amiibo mehr verändern. Auch Günther nicht. Wobei ich sagen muss, ich bin gerade echt überrascht. Es ist sehr ausgeglichen im Moment. Aber ich hatte eh schon oft das Gefühl, Günther ist auf den Schlachtfeldern immer gut dabei. Aber somit ist es sofort wieder ausgeglichen. Die dunkle Macht lässt ihn. Das ist so eine Sache, die sie manchmal macht, die würde ich gerne erklärt haben. Aber wir sehen, drei Treffer, nur 600, einfach aus dem Leben radiert. Das ist ein einziger Fehler. Nichts, was Günther mehr tun kann. Er hat den Kampf gut begonnen, aber die dunkle Macht hat sich sofort gefangen. Und in eine absolut gute Situation gebracht. Sie wirkt wirklich unaufhaltsam, so wie sie derzeit ist. Günther ist auf jeden Fall in einem Bereich, in dem er mit jedem Treffer verloren haben kann. Keiner von ihnen konnte irgendetwas gegen die dunkle Macht ausrichten. Sie wurden komplett zerfetzt. Vor allem bei Lord Ecke, muss ich sagen, hat es mich sehr gewundert. Er hat zwar keine hohe Verteidigung, aber gegen meinen Donkey Kong hat er sich schon sehr gut behaupten können. Das bringt ihn wohl wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Und für uns wird es Zeit, unsere Kämpfer vorzubereiten. Übrigens, dieser Amiibo schließt fürs Erste ein Turnier zwischen all meinen Amiibo aus. Denn wie man sieht, die dunkle Macht hätte dieses Turnier von vornherein gewonnen. Aber nun ist es Zeit, Günther zu trainieren. Und ich habe das Gefühl, er benutzt viel zu viele Downairs. Aber hat inzwischen zumindest schon etwas Erfahrung in diesem Match abgesammelt. Er war auch trotz allem gerade eben noch am besten dabei. Aber so etwas darf nicht passieren. Also, hier möchte ich auch nochmal kurz meinen Vorschlag, den ich schon mal hatte, sagen. Also, wenn irgendwie ein paar Leute sich melden würden, so drei, vier. Ich würde voll gern mal sowas machen, wo eben in der Arena, wo Zuschauer in der Arena gegen meine Amiibo kämpfen. Vor allem jetzt, wo die dunkle Macht dem Kampf beigetreten ist. Oh! Das war erstens ein sehr schlechter Punish. Zweitens muss man auch bedenken, dass gegen die dunkle Macht er alleine nicht in diese Situation gekommen wäre, da ihr Schild nicht so schwach ist wie meins. Günther scheint etwas besser in der Materie zu sein. Aber er braucht Training. Und vor allem, sein Playstyle im Allgemeinen ist im Moment nicht sonderlich gut. Wir werden heute eine längere Folge haben, um uns wirklich auf die Sachen hier vorbereiten zu können. Und ich würde sagen, wir werden wirklich die Story heute vorantreiben. Wir werden etwa eine Stunde hier zusammensitzen. Und am Ende wird Günther sich erneut der dunklen Macht annehmen. Und es wird ein entscheidender Kampf sein. Wenn Günther verlieren sollte. Es wird nicht gut für ihn enden, sage ich. Wenn er so etwas gegen die dunkle Macht hinbekommt. Dann ist er hingegen in einer guten Situation. Wenn er die dunkle Macht besiegt. Wenn er seine Stärken nutzen kann. Dann hat er die Welt gerettet. Und wir müssen ihn für diesen schwierigen Kampf, der ihm bevorsteht, vorbereiten. Innerhalb der nächsten halben Stunde. Es wäre sehr höflich, wenn du weniger springen würdest. Und vor allem, es ist bereits ein Plan ausgearbeitet. Der, der gegen die dunkle Macht vielleicht helfen wird. Sie ist schwer zu berechnen. Es ist nicht zu wissen, wie sie geplant hat. Doch, euch fällt sich ja auch auf. Sämtliche Kämpfe, auch von der dunklen Macht, finden auf derselben Art von Map statt. Sollten wir es schaffen, Günther auf eine Omega-Stage zu trainieren. Aua. Sollten wir es schaffen, Günther, auf eine Omega-Stage zu trainieren. Es ist bereits ein Kampffeld ausgesucht, an dem wir die dunkle Macht erwarten werden. Und den finalen Kampf bestreiten werden. Und dort gehen wir jetzt hin. Und genau das, was ich gerade gemacht habe, wird nicht geschehen, sobald wir die dunkle Macht antreten. Wir werden auf der Omega-Stage, final destination, passend zur Situation, kämpfen. Sehen wir uns einmal an, wie unser Günther im Moment auf Omega-Stages kämpft. Denn, soweit ich weiß, ist er, genau wie die dunkle Macht, nicht auf sie trainiert. Und genau das ist der Grund, warum wir das enden, genau das ist der Grund, warum wir ihn hier jetzt trainieren. Um diese Schwäche von ihm zu ändern. Und zu einer, zu seiner größten Stärke in diesem folgenden Kampf machen. Ich habe gerade geworfen. Man merkt, er versucht wirklich... Man merkt, dass er sehr auf Omega... Nicht auf Omega-Stages, sondern Schlachtfeld-Stages aufbaut. Die meisten seiner Techniken funktionieren nur mit Plattformen. Und so etwas, das ist gerade das, was die dunkle Macht gerne tut. Das heißt, das müssen wir schaffen, dass ihm so etwas nicht passiert. Und ich werde auch eine spezielle Art von Training gleich vornehmen. Das habe ich nicht gedrückt übrigens. Wir müssen ihn wirklich auf die echten Kampfverhältnisse trainieren. Deswegen werde auch ich gleich etwas unkonventionelle Mittel für den Kampf nutzen. Die Fähigkeiten, die auch Günther und die dunkle Macht genutzt haben, um an ihre Stärke zu kommen. Und um Günther am besten zu zeigen, wie diese Kämpfe wirklich aussehen können. Er hat nämlich, man merkt auch, er hat nicht unbedingt viel Erfahrung damit, gegen Geister zu kämpfen. Ständig trainiert er gegen mich, hat oft genug damit schon Probleme. Dabei hat er nun einmal einen deutlichen Vorteil durch diese Geister. Ich muss mir nur ein Geisterteam zu vorstellen. Ist gleich. So, wir sind soweit. Ich habe mir ein Geisterteam gebaut. Ein sehr defensives Team, das gleichzeitig vor allem Sprungkraft und Lauftempo beeinflusst. Und ja, ich weiß, mit einem Greifer als Gegner und Verteidigung habe ich einen Nachteil. Aber Günther muss trotzdem nähern. Vor allem das Problem ist, die dunkle Macht ist ein Angreifer. Irgendwie habe ich das Gefühl, meine Angriffe haben dreimal so hohen Cooldown. Man sieht aber bereits, was für ein Vorteil Günther nun fehlt. Ich muss mich erst einfinden mit diesem Spielstil im Moment. Aber man merkt eindeutig, die rohe Gewalt, die er vorher im Vergleich zu mir hatte, die massive Angriffskraft ist nicht mehr vorhanden. Ihr seht, was stattdessen los ist. Er wird herumgeschubst, so wie auch die dunkle Macht es tun wird. Und er wird auseinandergenommen. Und er muss lernen, auch in diesen Verhältnissen einen klaren Kopf zu bewahren und einen guten Kampf abzuliefern. Falls ich es noch nicht gesagt habe, meine Sprintangriffe sind übrigens auch stärker. Solche Dinge dürfen Günther nicht passieren, wenn es in den entscheidenden Kampf geht. Telefon, du kannst ihm nicht mal ein Viereck. Man merkt, kaum hat er seinen großen Vorteil durch seine höhere Angriffskraft verloren, ist er gar nicht mehr so stark, wie man vielleicht denkt. Das ist die große Schwäche, an der wir arbeiten müssen. Genauso wie das Spielen auf Omega-Stages. Du wirst jetzt einmal gegen einen Mario kämpfen, danach zwei oder dreimal gegen K. Rool selber und dann, bis es soweit ist, wieder gegen einen Donkey Kong. Ein Mario mit erhöhter Sprungkraft. Nicht gerade ein Traum, ne? Nicht der Traum eines K-Rools. Außer, er hat oft Albträume. Und das sollte eigentlich irgendwie dramatisch klingen, klang aber einfach nur wie ein schlechter Witz. Ihr merkt schon, was ich mit diesem K. Als er jetzt mal mehr an sich feiert, diesen Mario gerade. Lord Ecke ist aber eigentlich, man muss sagen, Lord Ecke ist eigentlich noch besser aufgestellt. Mit einem extra Luftsprung anstelle von höheren Sprüngen. Aber ich kann einfach so tief gehen, wie ich will. Er kann mich nicht dafür bestrafen. Er gesagt, doch, wenn er mal in Spike landen würde. Alter! Sprint halt noch heftiger. Aber schon wieder ist der Kampf anscheinend kurz vor einer Ende. Das nicht auf Gipf gut für Günther weht. Oh! Da hat mein Sprungkraftboost mich gerade etwas beschadet. Hier, kaum hat Günther seinen Vorteil verloren. Ist ja ganz klein. Ich rechne auch nicht damit, dass er im Training noch einen Kampf gewinnen wird. Aber, das heißt nicht, dass er gegen die dunkle Macht fallen wird. Jedenfalls müssen wir das hoffen. Ansonsten Ansonsten sieht es nicht gut für die Welt aus. Wenn die dunkle Macht die Kontrolle übernimmt. Und das ganze Licht der Welt für sich in Anspruch nimmt. In der letzten Folge habe ich noch gesagt, es wird Zeit, einen starken Gegner für Günther zu trainieren. Hätte ich gewusst, dass so etwas dabei herauskommt, hätte ich es nie getan. Ich habe Fehler beim Training gemacht. Und nun ist es beim Training des Donkey Kongs. Nun ist es Zeit, diese Fehler auszugleifen. Indem ich Günther und seinen Freunden helfe, gegen die dunkle Macht zu trainieren. Aber Günther lässt sich auch nicht einschüchtern. Auch wenn die Kämpfe lange nicht mehr so gut für ihn aussehen. Solange er weiß, dass ich dumm wie Scheiße bin. Als wennne! Jetzt stirb doch! Sag mal! Ich fühl's mich gerade schon... Danke! So. 30% Führung für Günther. Wobei man jetzt auch streiten darf, wie verdient die sind. Ich glaube tatsächlich, sind meine Werte im Moment... Was sogar noch eine Sache, die auf den Kampf gegen die dunkle Macht vorbereiten wäre. Meine Werte sind im Moment normalerweise sogar höher als die von Günther. Ziemlich sicher sogar. Und das war's. Wieder hat er verloren. Wir haben noch rund 20 Minuten, wenn's hochkommt, bis die dunkle Macht auftaucht. In dieser Zeit musst du bereit werden, Günther. In der Walrus-Edition ist der Kampf gut ausgegangen. Das wissen wir alle. Obwohl... Naja. Für alle, die die Walrus-Edition nicht gesehen haben. Wenn man's genau nimmt, ist dieser Kampf nicht unbedingt gut ausgegangen. Denn es ist eigentlich genau das Geschehen, was wir gerade beten, wird heute nicht geschehen. Günther hatte den Kampf nicht überlebt. Und die dunkle Macht zwar scheinbar auch nicht, aber als selbst das... Als sich dann herausstellte, dass selbst das nur eine Hoffnung war. Und wir dürfen nicht zulassen, dass dieses Szenario noch einmal eintritt. Es hat gewirkt wie ein wunderbarer Sieg, aber... Was ist ein Sieg, wenn er nur im Schein existiert? Und so ist es auch dieses Mal. Die dunkle Macht ist erneut zurück und jetzt bereit, zu kämpfen und vermutlich zu gewinnen. Und habe ich ihn gerade mit einem Dauntilt getötet. Alles klar, besiegt. Getötet wird er heute hoffentlich nicht. Aber wenn ich mir angucke, was die dunkle Macht im Moment so macht, versteht ihr? Die Macht macht. Ich weiß, ich habe ein komisches Timing für Witze. Es wird Zeit, den Rest der Zeit, bis die dunkle Macht kommt, den Donkey Kong einzubläuen. Günther zu zeigen, wie er zu kämpfen hat. Und zwar garantiert nicht so, wie er es gerade getan hat. Diese Technik gerade die ganze Zeit abtippen ist etwas, das auch die dunkle Macht sehr gerne tut. Und darauf muss Günther vorbereitet sein. Ich habe gar keine Projektile, ich schlauer Mensch. Ich wollte gerade Projektil schmeißen, deswegen habe ich B gedrückt. Donkey Kong mit Sprungboost ist auch keine angenehme Sache, Günther. Aber besser als mit Ritterrüstung und erhöhtem Lauftempo. Ich frage mich, wie die dunkle Macht wohl wäre, wenn sie sich doch dafür entschieden hätte, nicht auf ein höheres Tempo zu gehen. sondern auf kritische Treffer. Sie hätte vielleicht manche der Gegner Günther vermutlich nicht, aber Bisasam und Lord Ecke hätten vielleicht in falschen Situationen durch so etwas mit nur einem Treffer ein Leben verlieren können. Wenn sie das getan hätte, andererseits ist sie, die dunkle Macht ist ein schlauer Taktiker. Hätte sie das gemacht, wäre es nur allzu leicht gewesen. Vor allem für Günther mit all seinen Distanzangriffen. Sie hätte sich nicht wirklich nähren können. Und das ist das ist mir gerade erst so aufgefallen. Gleich werden wir wieder auf den K. Rool wechseln. Denn wenn auf einer Omega Stage gegen einen Donkey kommen, Günther eine Sache helfen wird, dann die Projektile, die er immer so vernachlässigt. Wir müssen ihm zeigen, dass es keinen Grund gibt, sie zu vernachlässigen. Dass sie ihm vielleicht das Leben retten könnten. Aber vorher müssen wir ihm noch einmal die Lektion gegen Donkey Kong erteilen. Es ist wirklich ungewöhnlich, wenn dein Schild gebrochen wird, Und das war ein bisschen greedy von mir. Aber trotzdem ist er raus. Das ist auch eine Situation, die Günther nicht kennt. Dass sein Schild gebrochen wird. Dass es überhaupt gebrochen werden kann. Und auch das wird gegen die dunkle Macht durchaus passieren können. das war gar kein guter Schachzug, sich genau so zu positionieren. Dabei hatte alles so schön angefangen, als ich Donkey Kong trainiert habe. Er hat gute Kämpfe, teilweise auch sehr lustig, vor allem dadurch, dass mit den Meteor Smashes in einem Donkey Kong Mirror Match ab. Auf 0% alles gedreht werden kann. Tja, wenn ich damals gewusst hätte, was aus ihm wird, wäre es anders verlaufen. Ich hätte ihn anders behandelt. Aber nein. Projektile, wie du siehst, Günther, das ist deine Lebensversicherung gegen einen Donkey Kong. Du musst, wenn es soweit ist, kämpfen wie nie zuvor. Die Zeit wird jede Sekunde knapper. Und zwar um genau eine Sekunde. Ich weiß, selbst in solchen Situationen schlechte Witze machen, bei mir läuft's nun mal. Ich glaube, Günther wollte gerade kontern, was sehr gut ist, weil das auch noch etwas ist, was er lernen sollte, bevor die dunkle Macht kommt. Ja, in der Sekunde kontert er, aber leider nicht gut. Wir haben wieder Projektile. und Down Smash. Günther muss lernen. Er sieht, mit diesem Spielstil, den ich gerade habe, ist man noch deutlich stärker, als er es derzeit ist. Und wenn er schlau ist, passt er sich eben daran an. Und wenn nicht, es ist wirklich schwer, nicht darüber nachzudenken, was passieren könnte. Wir müssen wirklich einfach hoffen, dass alles gut geht. Seine Kanone benutzt er inzwischen ziemlich häufig. Seine Down eher viel zu häufig. Du weißt aber wer dir alles gelehrt hat, was du kannst, Günther, nicht? Er benutzt zu häufig die Kanone im Vergleich zur Krone. Und die Down eher wie gesagt allgemein zu häufig. Konter sind eine sinnvolle Sache. Ich werde jetzt hauptsächlich die Krone werfen. Die Kanone lasse ich erstmal weg. Offensichtlich guckt er sich die zu sehr ab. Man sieht, er benutzt die Krone ungern. Dabei ist gerade das eine seiner größten Stärken, eine seiner besten Waffen. aber er nutzt nur die Kanone. Was ist auf einmal los? Günther, du darfst doch jetzt nicht verlernen. Du musst lernen und nicht verlernen. Guck, das wird dir deine Kanone bringen. Die dunkle Macht kann zwar nicht kontern, heißt aber nicht dass du nicht wissen wird wie sie mit deinen Techniken umgehen muss. Und wie schaffe ich es den Jungen hier schon zum zweiten Mal heute mit einem Dauntilt zu killen? Besiegen! Dass ich das die ganze Zeit so sage, ist es vielleicht ein böses Omen? Hoffen wir nicht. Aber Günther ist am Verleeren. Bevor lieber hätte ich es, dass er gar keine Projektile nutzt, als die ganze Zeit seine Kanone, so wie im Moment. Er wirft die Krone. Grabs sind auch immer eine gute Sache. Schöner Versuch, aber hat nicht gereicht. Sehr gut, er wirft die Krone. Jetzt ist es schon fast ein bisschen zu oft. Vor allem muss er aufpassen, wenn die dunkle Macht die Krone nämlich bekommt. Oh, genau so etwas darf ihm garantiert nicht passieren. Wobei die Frage natürlich auch ist, wie viel Übung die dunkle Macht mit dem Um Ich hoffe, man hat nichts verpasst, so wie ich es gesehen habe, ist die letzte Aufnahme erst vor ungefähr einer Millisekunde abgebrochen. Gut, dass ich gerade hingeguckt habe. Und du darfst nie im Leben. Oh Gott! so oft deine Down-Air nutzen. Sie wird dich nicht weit bringen. Okay, Günther hat diesmal die Krone wiederbekommen. Beide Projektile müssen genutzt genutzt werden, Günther. Nicht nur eins. Komm, jawohl, sehr gut von dir. Die Kanone und die Krone. Seine Krone grabben, werfen. Er versucht zu kontern. Und der Kampf ist rum. Und jetzt muss ich gucken, weil die Aufnahmezeit nicht meinen Blick hat. Ich weiß nicht genau, wann die dunkle Macht kommen wird. Vermutlich schaffen wir nur noch zwei Kämpfe oder so etwas in der Art. und dann muss Günther bereit sein. Einmal noch gegen den Kinkel und dann gegen den Donkey kommen. Und dann wird die dunkle Macht ankommen. In den Forward Smash Spring ist keine gute Option. Ja, er benutzt die Krone viel häufiger. Ich habe schon lange versucht, ihm das beizubringen. Aber jetzt scheint er es endlich zu verstehen, warum diese Waffe so wichtig fühlen ist. Ich meine, er mag seine Abwehr ja so gerne. Und die Krone bringt ihm dann solche Situation mit. Doch das heißt auch nicht, dass du dich nur auf die Krone verlassen darfst. Und nicht auf solche R-Dodges. Ich bezweifle zwar, dass die dunkle Macht den IQ haben wird, dich damit zu punishen. Aber man kann nie sicher genug gehen. Krone Kanone R-Dodges lässt dich immer wieder davon treffen. Aber mein K-Rool kann dir nichts mehr beibringen. Ich hoffe, dass diese Techniken dir weiterhelfen können. Einmal musst du jetzt noch gegen Donkey Kong kämpfen, um zu gucken, wie das läuft. Und dann gegen die dunkle Macht. Und auch wenn du jetzt diesen Kampf verlierst, Günther, du darfst dich ja nicht entmutigen lassen. Du kannst gewinnen. Auch wenn du jetzt vielleicht verlierst gegen Donkey Kong. Wobei das ja auch nicht gesagt ist. jetzt fall bitte nicht wieder deine Gewohnheiten mit deiner Down Air zurück. Die Projektile werden wir wirklich einen guten Dienst erweisen. Das wirst du lernen. Auch die Krone kannst du auch noch weiterhin nutzen. Und nicht nur die Kanone. Du weißt, ich kann genau du weißt ich habe keine Zeit mehr. um dir mit meinem K. Rool weitere Dinge beizubringen. Nach diesem Kampf bist du auf dich alleine gestellt. Bist der Einzige der dann noch gewinnen kann. Denn ich bezweifle stark dass die dunkle Macht auch noch einmal dumm genug wäre einen Widerstand zuzulassen. Günther die Zeit ist gekommen. Du konntest zwar jetzt nicht so gut mithalten aber du musst auf jeden Fall alles geben und versuchen die Vorteile die du hast zu nutzen. Die finale Schlacht steht an. Günther kämpft gegen die Determi falsche Geschichte dunkle Macht los geht's es wird ein Best of Free Battle und nur einer von beiden wird mit dem Leben davon kommen und das ist garantiert nicht wie Günther den Kampf beginnen soll 150 Prozent in wenigen Sekunden dieser Kampf beginnt nicht so wie er soll Günther du musst dich anstrengen du darfst nicht so einfach verlieren super genau das meine ich so musst du angehen und nicht so es ist so ein schneller Schlag Abtausch aber Günther wirkt nicht als würde er gewinnen können dieser erste Kampf ist eigentlich schon fast verloren wenn man sich anguckt was die dunkle Macht hier tut noch ein Treffer und das war's und Günther hingegen muss noch so viel schaffen der erste Kampf ist rum Günther liegt 1 zu 0 hinten jetzt eine Niederlage wird er alles besiegen was tue ich Günther hat keine Chance diesen Kampf zu ich lasse Günther nicht alleine kämpfen ich werde ihn nicht im stich lassen äh hallo danke Günther ich kämpfe mit dir aber wenn wir jetzt verlieren komm wenn wir jetzt verlieren dann war's das aber ich lass dich nicht alleine kämpfen nachdem ich gesehen habe was letztes mal geschehen ist jawohl wir sind was ich war mir sicher dass wir jawohl komm Günther wir schaffen das wir holen wir holen zumindest den Ausgleich Günther jawohl Günther du schaffst das war nicht der Plan komm wir haben's wir schaffen das wir schaffen das das war eine wunderschöne Team Kombination und ein wunderschönes Ende diesen Kampf konnten wir relativ gut für uns entscheiden aber ich kann nur einen Kampf mitmachen der letzte liegt wieder in deiner hand team smash ähm sehr sehr schlafen jetzt bin ich gespannt ich bin aber nicht optimistisch das ist nicht der Kampf Beginn den wir hier brauchen es sieht groggenschlecht aus und das nach bereits wenigen Sekunden schon wieder wir brauchen wirklich ein Wunder wir brauchen ein Wunder vor allem wenn Günther nur eine Attacke benutzt hast hast du das kämpfen verlernt und wieder zwei Treffer und schon die dunkle Macht liegt haushoch in Führung es muss ein früher Kill kommen mit so wenig Prozent wie möglich und selbst das wäre inzwischen schon eigentlich muss jetzt ein Kill kommen und dann sofort danach noch einer ansonsten ist dieser Kampf eigentlich verloren und du hast keine ahgen wovon ich rede weil du gerade gekommen bist wir haben gerade ein bisschen story am laufen in dem format in dem ich meinen k. rool amiibo trainiere weil wie du vielleicht bemerkst ist sie dunkle macht hier und die macht alles kaputt die macht alles kaputt das war es Geschichte fast überleg mal was das endergebnis war die dunkle macht war da günther nicht eine Minute 23 zwei die w